Rettet die Hühner. Kann denn Tierschutz Sünde sein? Betriebsratsarbeit leicht gemacht. Dein Podcast für erfolgreiche Arbeit im Betriebsrat. Los geht's mit unserem heutigen Thema. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe einen besonderen Gast im WAF-Studio. Fabian Baumgartner, Rechtsanwalt aus München. Arbeitsrechtler, immer tätig, unter anderem auf der Arbeitnehmerseite. Und er schult viel, wie auch ich, für das WAF-Institut. Mein Name ist Niklas Fastie, ich bin Rechtsanwalt aus Berlin. Und Fabian, du musst mir helfen. Du bist ja ein engagierter Mensch, gesellschaftspolitisch, historisch interessiert. Jurist bist du obendrein, da wird es einem ja ganz schwindelig. Und ich habe einen Arbeitnehmer vertreten vor dem Arbeitsgericht. Ich weiß nicht, ob das noch modern ist, ob das wieder modern wird. Der ist ein militanter, sag ich, Tierschützer. Und dem Arbeitgeber hat das nicht geschmeckt. Sag mal, kannst du mich da mal in, wollt ihr mir das Schnitzel verbieten oder ist das ernst gemeint? Also Tierschützer gibt es noch, ja? Also das kann ich gut nachvollziehen. Niklas, meine Frau ist Tierärztin. Ja, und natürlich überzeugte Tierschützerin. Ist das wahr? Ja, klar. Und Vegetarierin und hat mich auch überzeugt davon, ja. Aber du bist nicht dogmatisch oder so. Nein, aber sie hat mich überzeugt davon, dass die Qual in der Massentierhaltung etwas ist, was wir vielleicht abschütteln können in unserer Zivilisation. Und insofern kann ich das durchaus nachvollziehen. Und auch ich neige dazu, manchmal ein bisschen militante Ansichten zu vertreten, was das angeht. Wir haben uns ja auch schon mal in der Pause über ein bisschen über solche Themen unterhalten. Aber ich habe mich noch zurückgehalten, Niklas, weil ich sehe ja, mit welchem Vergnügen du deinen Schnitzel verzehrst. Und das möchte ich dir ungern madig machen. Aber jetzt erzähl doch mal. Also gesundheitlich ist das sicher ein Problem. Aber gibt es denn da ethisch eine Dimension, die sehe ich jetzt nicht unbedingt. Naja, ich meine, mit welchem Recht nehmen wir uns raus, Tiere, und eigentlich sagt das Tierschutzgesetz ja eindeutig, dass man nicht ohne Grund Tiere Schmerzen zufügen oder auch töten. Ja, der Grund ist Nahrung, oder? Ja, der Grund ist Nahrung. Aber man hat ja heute Verfahren und Möglichkeiten, das alles etwas tiergerechter zu gestalten. Das wird aber nicht gemacht. Siehe Tönnies und andere Unternehmen, die natürlich da Profit im Vordergrund haben. Aber das ganze System, und da gehe ich jetzt ein bisschen ins gesellschaftspolitische, krank natürlich daran. Denn der Konsument will billiges Fleisch haben. Also letztlich ist das eine Zusammenfolge von vielen Faktoren. Ist das nicht auch eine Grundrechtsfrage? Also ich habe meinem Mandanten gesagt, bitte ist es ja, ich weiß nicht, ob das jetzt besonders edel ist, diese Haltung. Aber ist das nicht mein Recht, wenn ich das will, Fleisch zu essen? Muss ich denn das Grundrecht begründen? Müsstest du nicht die Einschränkung dieses Rechts begründen? Naja, sagen wir, die Frage zu diskutieren, ob man jetzt generell gar kein Tier mehr töten darf zum Verzerrten, so weit würde ich auch nicht gehen. Das heißt, du isst wirklich konsequent, was ich nicht wusste, kein Fleisch. Ja, ich esse Fisch, ja. Und da ist ja jetzt, findet man ja auch raus, dass die auch leidensunfähig sind. Also wäre ich der Fisch, ich wäre auch nicht begeistert. So sieht es nämlich aus. Aber wir können doch zumindest sagen, wenn das Tierschutzgesetz eigentlich klar normiert, dass man das unter bestimmten Umständen zu tun hat, jedenfalls unter Vermeidung von Leiden und unnötigen Schmerzen, das ist doch einzuhalten. Und das wird nicht gemacht und das nimmt die Gesellschaft aber in Kauf einfach. Mein Mandant, der hat wohl jetzt hier einen Artikel in der aktuellen Zeit gelesen, da ging es darum, um die Frage, was das massenhafte, routinemäßige Töten von Tieren eigentlich mit den Betroffenen macht. Also zum Beispiel mit den Mitarbeitern, aber auch mit den Veterinären, die ja Ärzte sind, aber einen problematischen ärztlichen Auftrag. Oder auch mit dir, weil einen ganz kleinen Baucheinsatz habe ich bei dir auch schon entdeckt. Und so gut ist der Fleischverzehr für uns letztlich auch nicht. Aber das ist jetzt nur ein kleiner Haken. Deswegen meine Frage, kann ich meinen Mandanten denn jetzt retten? Der hat eine Art, so einen Sticker hat der getragen am Arbeitsplatz. Ich weiß nicht, was drauf stand. Das darf ich hier nicht sagen. Ja, ist ja geheim. Aber der Arbeitgeber fühlte sich provoziert und hat den Arbeitnehmer vor die Wahl gestellt. Du legst den Sticker ab oder es gibt eine Abmahnung und im Wiederholungsfall die verhaltensbedingte Kündigung. Und der fühlte sich sicher und sagte, Meinungsfreiheit gilt auch im Betrieb, jedenfalls mittelbar. Das muss doch verboten sein. Naja, wir wissen ja, als Juristen auch die Grundrechte erfahren, Schranken, denn man kann nicht grenzenlos seine Grundrechte ausüben. Sonst könnte jeder auch den ganzen Tag am Arbeitsplatz beten und sich aus seiner Religionsfreiheit berufen. Also insofern darf der Arbeitgeber das da einschränken, wo sein betrieblicher Ablauf gefährdet ist und wo die Arbeitsleistung einfach auch im Vordergrund steht. Das ist die Frage. Wenn es jetzt keine weiteren Anhaltspunkte gibt, das keine Außenwirkung hat, vielleicht für Kunden, für andere Mitarbeiter, dann wird man das wohl verneinen können und sagen können, das ist wohl noch gedeckt und auch zumutbar für den Arbeitgeber. Es ist schön, dass du das sagst, weil ich bin so ein bisschen in die Richtung gegangen in der Beratung und Vertretung und habe gesagt, bitte kein Kollege hat das Recht, vollkommen unbehelligt zu sein von abweichenden Meinungen. So ist es. Wenn das aber jetzt zu Aufruhe führt, da prügeln die sich demnächst in der Kantine, weil der Fleischesser gegen den Vegetarier, dann hat der Arbeitgeber natürlich gute Gründe, das zu untersagen und dann darf er es untersagen meines Erachtens und dann wird der Arbeitnehmer daran wohl auch gebunden sein und wenn er es nicht macht, könnte das auch abmahnungsfähig sein. Was ist denn jetzt, wenn der Arbeitnehmer, anders als in diesem Fall, gar nicht am Arbeitsplatz irgendwie agitiert, sondern wenn der in seiner Freizeit, das ist ja noch komplizierter. Ja, in der Freizeit kann ich doch machen, was ich will, würde ich da erstmal sagen. Ja, ich glaube das, dass du das so siehst. Du befreist ja regelmäßig Tiere, wie ich gehört habe und das wäre vielleicht schon ein Problem. Ja, wenn das Bezug in irgendeiner Form Bezug hat zum Arbeitsplatz und zum Arbeitgeber, dann könnte man auch wieder sagen, das muss er unterlassen. Es muss aber auch hier wieder irgendwie ein berechtigtes Interesse begründbar sein für den Arbeitgeber. Ja, also nur, dass ich jetzt in der örtlichen Zeitung mit Foto abgebildet werde, so als Tierretter. Ja, das kommt drauf an. Wenn der jetzt bei Tönnies arbeitet, dann könnte die Sache anders aussehen, als er jetzt in einem Autohaus oder sonst wo. Also, wie war denn das bei dem genau? Hatte der Arbeitgeber einen Bezug, beziehungsweise hatte der in der Freizeit einen Bezug gesetzt zum Arbeitgeber? Nein, ich bin richtig froh, dass der keine Dienstjacke, die er nämlich auch besitzt, getragen hat auf der Demonstration und ich bin auch froh, dass der Sticker, den er tatsächlich am Arbeitsplatz getragen hat, ausgesprochen klein war und da war so ein sympathisches kleines Ferkel drauf, was auch noch so nett lächelte. Das heißt, dass das den Betriebsfrieden stören soll, ist, glaube ich, fernliegend und ich hoffe übrigens auch auf den Betriebsrat. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie wissen das, Arbeitsrecht Teil 1, aber auch Betriebsverfassungsrecht Teil 2, da erfahren Sie alles über die Kündigung und das Anhörungsverfahren beim Betriebsrat vor der Kündigung. Und hier könnte ein engagierter Betriebsrat wohl einiges erreichen durch einen gut begründeten Widerspruch. Das würde ich auch so sehen. Liebe Kollegen, wir haben viel gelernt. Die Hühner müssen gerettet werden. Sogar Fische haben eine Seele. Ich sollte weniger Schnitzel essen und wenn arbeitsrechtliche Sanktionen drohen, dann ist dagegen, glaube ich, du würdest sagen, ein Kraut, ein juristisches Kraut. So ist es. Als Vegetarier würde ich Kraut nehmen, ja. Fabian, es hat Spaß gemacht mit dir. Bitte bleib bei deinen Werten und bleib so diskussions- und meinungsfreudig, wie du bist. Danke, Niklas. Wenn wir jetzt was ordentliches essen, so machen wir es. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.